So, auf, Paralletten, ein bisschen hockern. So, hockern, und gut gut. Ich hab's auch wieder auf Paralletten, ich hab eine volle Punkte, aber es wird schwierig. So, ja, gehst du zurück zum Paralletten, was du da weiter, wo, ähm, mit allen Freunden damals warst. Aber natürlich hier bestimmt wieder mit allen Teilnehmern Ärger. Im Moment kannst du auch da an, also weitermachen, wo du runter bist. So, ja, ich hab' den Pony, das funktioniert anscheinend besser. Fisky, Schritt, Schritt vor, super, und halt. Ja, siehst du mal, wie der Pony auch nicht hört. Fisky, stehen. Fisky, antraben. T, Krab, und rechts. Ey, na, kieke mal, wie der Pony auch nicht hört. Pia, du musst jetzt das Wasser greifen, ich hab' nur dein Pony unter Kontrolle. Fisky, halt. Pia, nicht drehen, ich hab' gesagt, du solltest Wasser nehmen, ich sage, dein Pferd schon, was es ist nicht, das wollen. Pia, nimm das Wasser. Pia, nimm das Wasser. Pia, nimm das Wasser. Ja, nimm das Wasser. Wenn du Hilfe brauchst, sag' ich will wie. Du kannst den Lernbecher mit in deinem Spot gehen für diese Station nach 5 Punkte. Pia, nimm das Wasser. Und dann, wenn du den Pferd abstellst. Was ist denn, der ist mit der Tonne? Pia, nimm das Wasser. Ich hab' dir schon mal gesagt, ich sag' dir schon, was dein Pferd macht, aber du musst es im Nächsten abschließen. Lass' den stehen! Er startet euch, er startet euch. Er startet euch! So, 50 Sprung hat geklappt, jetzt gleich nach rechts, dass deine Reiterin die Fahne nehmen kann. Jetzt rechts. Fahne 3,4. Hier. Wieder raus. Richtig in eine Ausgang, genau, die Fahne um. Richtig jetzt rum, rechts rum. Genau. Jetzt wird die langsamer werden, du musst verschärfen. Jetzt wird die Rest jetzt. So. Hier gerade abstehen. Jetzt wird die wieder raus. So, Fisri, und jetzt siehst du an der Ecke eine schwarze Tonne mit Sack, da muss deine Reiterin den Sack nicht nehmen können. Sehr gut. Fisri, jetzt gehst du eine Runde um die Paralletten. Ich hab rein, ist okay. Aber gleich kannst du galoppieren, Fisri, wenn deine Reiterin es schaffen wollte, den Sack abzulegen. So, Fisri, drei Tag, Galopp, Marsch, jetzt über die Stange. Aufmachen. Aufmachen. Super. Super. Also, ich find Fisri hat super auch funktioniert. Jetzt legst du mal Pause hier.